Hallo und herzlich willkommen zu Nachhilfe für Dich. In diesem Video soll es um eine Zusammenfassung des ersten Aktes gehen. Also welche Bedeutung hat der erste Akt? Und worum geht das? Die einzelnen Szenen habe ich für euch jeweils separat zusammengefasst, weil ich der Meinung bin, dass man manchmal eben nochmal genaueres wissen muss. Also für die einzelnen Szenen. Also in dem ersten Akt, der erste Akt hat ja immer die Funktion der Exposition. Es gibt ja immer fünf Akte im klassischen Drama. Und der erste Akt hat so ein bisschen die Rolle, den Konflikt vorzustellen und soll auch dazu übergehen, die Personen vorzustellen, die Beziehung. Also im Teil 1 ist im ersten Akt, das ist so, dass Hamlet der Prinz von Dänemark ist. Der König und die Königin haben erst vor kurzem Ehe geschossen. Und der König ist nicht Hamlet's leiblicher Vater, sondern sein Stiefvater. Der Bruder seines eigentlichen Vaters. Und auf der Bühne der Szenerie tritt immer ein Geist auf, den wir bereits im ersten Akt, in der ersten Szene kennenlernen. Und dieser erscheint immer wieder und wieder. Hamlet gelingt es mit dem Geist zu sprechen. Dieses ist der Geist seines Vaters. Und er offenbart ihm, dass seine Mutter Gertrude, die ja verwitwet war nach einem angeblich schrecklichen Unglück, bei dem sein Vater starb, gar nicht verwitwet wurde wegen eines Unglücks, sondern dass der nun am Werk seiende Herrscher Claudius, der Bruder vom Geist sozusagen, ihn ermordet hat. Und sein Vater beauftragt Hamlet nun, den Tod zu rächen. Und das erfahren wir alles im ersten Akt. Ja, es ist in der Bühnenversion eine gekürzte Fassung vorhanden von Shakespeare selber. Und da das Drama in klassischen fünf Akten aufgebaut ist, ist das jetzt die Exposition. In der ersten Szene sind wir schon mitten im Geschehen und werden dann immer weiter durch diese Handlung geführt und auch durch die Vorgeschichte geführt. Also es bedeutet, dass die erste Szene bereits schon mitten im Geschehen anfängt. Der erste Akt an sich ist normalerweise erst, oft fängt der erste Akt jetzt mal langsam ein, aber Hamlet macht sich gerade dadurch diesen Namen, dass man einen ganz einzigartigen Blick in die Gefühlswelt und in die familiären Verstrickungen bekommt. Und Hamlet ist sehr traurig über den Tod seines Vaters, das erfahren wir auch im ersten Akt. Und wird von Claudius aufgefordert, wieder ins Leben zurückzukehren. Nun soll man noch aufhören zu trauern. Und Hamlet ist diese über alte Heirat seiner Mutter mit dem Onkel nicht geheuer. Also es gefällt ihm nicht. Er ist darüber zutiefst entsetzt und sagt so, Mensch, also zwei Mund ist er erst tot. Ein kurzer Mund, bevor er die Schuhe verbraucht. Und ja, das sind alles so, das zeigt so, dass er sehr unglücklich ist. Und er versteht nicht, warum die Mutter ausgerechnet Claudius heiratet. Er vergleicht sich selber mit Herkules. Und für ihn war der Vater ein sehr guter Mensch, ein trefflicher Monarch. Sein Onkel ist dagegen halb Mensch, halb Tier. Und haben das verurteilt, zum Beispiel auch diese Feierei und so. Das sehen wir auch im ersten Akt. Also insgesamt kann man einen sehr tiefen Zugang zu seinem Gefühlsleben bekommen. Auch in seinen Liebeslieden. Wir lernen Ophelia kennen. Und die spricht mit ihrem Bruder über ihre Beziehung mit Hamlet. Und ihre Motive Hamlet gegenüber sind rein und voller Liebe. Doch Hamlet selber ist halt in den Augen von Leertes und nicht für Isi geeignet. Und da er ja von höherer Herkunft ist und er hat halt Angst, dass seine Schwester Ophelia ihre Ehre verliert, weil Hamlet nur mit ihr spielt. Hamlet ist an sich in dem ersten Akt bereits ganz gut charakterisierbar. Dazu werde ich aber noch mal in einem eigenen Video eingehen. Ja, bereits im ersten Akt zeigen sich sehr deutlich die Konfliktfelder. Das ist einmal dieses Spannungsfeld innerhalb der Familie. Dann ist das mit Ophelia auf jeden Fall ein Spannungsfeld. Und dann wird auch die Hamlet-Sage nochmal eingeführt. Ja, man erkennt sehr deutlich, dass Hamlet das Stück der Monologe ist. Bereits im ersten Akt finden sich viele Monologe, die auch Hamlet charakterisieren. Also ist Hamlet verrückt, ist er pessimistisch. Ja, es wird auch noch eine Staatskritik verübt. Also es ist etwas faul im Staat für Dänemark, dass in der vierten Szene gesprochen wird, das berühmte Zitat. Da kommt nochmal so die Kritik am Hofe zu der Trage. Also erstmal diese Kritik an diesen dänischen Herren. Und dann auch das oberflächliche Gezeche der Könige. Das Hamlet ablehnt. Das findet auch in der vierten Szene des ersten Aktes nochmal Genüge. Ja, also genau. Das ist schon mal sehr deutlich. Und in der fünften Szene des ersten Aktes erfährt Hamlet dann, dass es Mord war, was seinen Vater umbrachte. Und er bekommt den Auftrag, seinen Vater zu rächen. Und auch ab hier wird dann ganz deutlich, dass Claudius ein schlechter Mensch ist. Und dass die Abneigung von Hamlet im Prinzip berechtigt ist. Und es gibt Hamlet eine moralische Überlegenheit. Aber Hamlet verlangt von seinen Mitgenossen, die mit ihm auf der Terrasse waren, im vierten und fünften Teil des ersten Aktes, stillschweigend. Und Hamlet beginnt einen Plan zu fassen, wie er jetzt sein Versprechen seinem Vater gegenüber in die Tat umsetzen kann. Und diese scheinbar unheimliche Begegnung mit seinem Vater führt eigentlich dazu, dass wir jetzt als Zuschauer bescheitelt und aufgeklärt sind. Ja, und so geht man mit dem Wissen über die ganze Familiengeschichte und auch mit dem Wissen über die Wahrheit dann in den zweiten Akt hinein, so entlässt und schlägt wir dann in den zweiten Akt von Hamlet. Ja, ich hoffe, das war jetzt eine kleine hilfreiche Geschichte. Übrigens ist der Stoff Hamlet an sich nicht neu. Er stammt bereits aus dem Saxo Grammaticus von 1150 bis 1220. Und ist bereits da in Form der Hamlet-Sage erwähnt und ist auch von vielen anderen Autoren schon aufgegriffen worden. Also Shakespeare ist nicht der Erste, der es aufgreift, aber der bekannt ist. Ja, das war der erste Akt. Danke und bis bald. Danke. Danke.